...nochmal neuen Wumms zu geben. Wir möchten alle, wir wollen gesellschaftlich Springerpresse und Bild ächten. Wir wollen Menschen ermutigen, insbesondere Einzelhändler. Wir wollen Menschen ermutigen, kauft dieses Hetzblatt nicht. Wir wollen Einzelhändler ermutigen, verkauft dieses dreckiges, menschenfeindliches Hetzblatt nicht. Und Leute, ich kann nochmal alle Einzelhändler aufrufen. Wenn ihr den Bild verkauft, da verdient ihr nur ein paar Cent. Das sind 10, 20 Cent. Wenn ihr 10 Bilder am Tag verkauft, das sind 2 Euro. Das ist ein Bier am Abend. Darauf könnt ihr echt verzichten. Und wenn nicht, ich lade euch zu einem Bier jeden Abend ein. Jeder Einzelhändler, der Bild nicht mehr verkauft, ist bei mir eingeladen zum Bier. Wer macht mit? Wer macht noch mit von euch? Wer legt alle Einzelhändler mit ein zu einem Bier, wenn sie denn Bier nicht verkaufen? Händler hoch! Okay, wir können jetzt schon mal so ungefähr 100, 150 Einzelhändler jeden Abend in Berlin versorgen. Meldet euch bei uns. Alle Bildboykotteure sind auf ein Bier oder auch Cola oder, wenn sie keinen Alkohol trinken, auf einen Drink am Abend oder Joints eingeladen. Ihr habt keinen Verlust. Kommt nach Berlin, macht es euch gesellig mit uns. So, wir kommen jetzt zu einem Grußwort aus der ersten Postfiliale, die diese Boykottkampagne gestartet haben. Diesen Grußwort liest euch vor, Florian Hauschild. So. 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 Vielen Dank.